schweiß ich hab vor nur schlechtes Kadek ich bin mit dem Sniper gespand kämpft nicht aua das ist überhaupt nicht WHAT ich hab dich denn in den Kopf getroffen ja weiß ich doch nicht vor allem war mein Kopf schon hinter der Wand ooooh what the fuck ach gib ihm so n da gib ihm Zwani während ich aufgeladen hatte war kein Zwani noo noo aaaaaaah hey so schön was 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 ich was was du willst mich doch verarschen oder ja du willst mich doch verarschen oder verarschen mich doch uaah fuck man was du jetzt denn gegeben hast ey ja ich war gut Jungs ich bin jetzt erst mal weg viel Spaß noch tj 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 j h tj Oh, das ist zum Kotzen, äh. Ich stecke im Helikopter fest, Mann. Im Wrack. Kann man hier mal dieses Wrack entfernen? Irgendjemand mal ne RPG reinhauen oder so. Ich kann die auch nicht weit retten. Wer ist das da? Warte, vielleicht kann ich mich selber auch retten. Du stehst da in dem Wrack, ne? Ja. Man kann auch bei dir nicht spawnen. Ah, Freiheit. Ich weiß nicht, ob ich das LLV bekomme, dann... Lachst du den Peer? Nicht zerstören, du Vogel! Oh man, echt. Weeper? Ne, im Moment noch nicht, ne. Da ist aber noch rechts einer im Gebäude. Hm, ich geh mal gucken, wo er ist. Boah, ich hab hier so ein bisschen Schiss, dass mich gleich C4 erwischt. Was? Was? Ah, mhm. Der hat grad C4 in der Hand gehabt, ja? Ja. Ich hab ja grad schon 50 gehabt. Deswegen sind wir ja alle brav bei P4 geblieben. Oh man! Werd er ja schon lange, äh, raped. Und Carsten zahnt mich ab. Ja. Hat er erst hochgekommen? Da, wer ist denn das da bei der Rolltreppe? Ey, er rennt durch, er rennt in den Fahrstuhl, man! Oh, wer ist das gewesen? Nein! Ich wollte nicht retten kommen, aber ging nicht mehr. Der, der rennt die, ohne Witz, ne, er rennt die Rolltreppe hoch, einmal mit dem Teamkollegen vorbei, rennt den Fahrstuhl, mach den Fahrstuhl zu. Obbias! Der schickst dich! Der schickst dich! Gut gesraved! Zeit lang! Wie kommst du doch hier? So was gibt's Fahrstühle? Oh man! Immer du, ey! Immer du mit 12 zu 10! Oh oh, fast die ist kaputt! Fast die ist kaputt! Boah! Genau! Gibt's hier? Ja! Ja, grüß Gott! Hey Chris, hast du eigentlich irgendwie so einen Punkt auf deinem Bildschirm gemalt? 100 Wohl! Nein! Das bringst du bei Battlefields, da bringst du bei COD bei, damit du in die gleiche Richtung schießt. Hier nicht, aus der Hüfte. Ja! Was? Ja! Du fuhrst an und um die Ecke, was passt denn? Das war doch von der Seite! Das ist Kackspiel! Wir sind ja auf dem Boden liegen! Nein! Doch, danke! Ich muss grad hier schreiben. Oh, wieder auf einmal 2 gegen mir! Oh man! Oh Leute! Danke Bruder! Nicht rausgehen! Nicht rausgehen! Ah ne, ist eh A für nur! Boah! Boah! Scheiße! Scheiße! Ich bin erschrocken! Ey du! Nuke ey! Warum hab ich dich aufgenommen? Nein! 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 Alter! Was da los war! Was da los war! Oh, 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 oh! Ich steck' genau draußen! Oh, er hat mich kaputt gemacht! Oh, nicht von wegen von draußen! Komm von drinnen! Alter! Stehen auf einmal 4 Leute vor meiner Nase! Wollten mich alle umbauen! Wollen's nicht! Nein! Wieso sind das nur 2 Leute? Den kriege ich! Hab nicht getrocknet, Scheiße! Chris! Ich rette dich! Daneben! Shit! Das war aber ein geiles Bild! Ist... Nein, da werd ich gemessert! Meinst du? Scheiße! Jetzt bist du wieder lauter! Ja, weil ich grad gelacht hab! Hm! Hm! Dein Mikro ist irgendwie komisch! Das liegt nicht an dem Mikro, das liegt an meiner Stimme! Ich bin halt so ein bisschen... Komisch! Aber jetzt bist du viel lauter! Auch nach dem Lachen! Ja, ich... Hä? Ehrlich? Ja, irgendwie schon! Also find' ich! Nein! Ganz schön! Sehr schön, Carsten! Sehr gut! Haha! Haha! Aber deinen... Deinen weißen Wolf auf weißem Grund seh' ich! Oh, was war das? Ich war tot! Ich hab... Ja! Komm ey! Wirklich! Wirklich! ist tromba ford das wird ja und hier jetzt muss man sich gleich als der kraft abhaar 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 Das musste ich messern. Aber konnte ich nicht mehr rechts, dann gehe ich noch zurück weg. Freunde, ich dreh mich noch so um. Sie, no, dann mach ich noch mehr seine Kehle. Boah, ich hab mir ja gesprochen, aber dann würde ich gleich messern, aber... Ich hab's gesehen, ich drück voll drauf und dann ist Hiltz halt mir davor gelaufen. Dann hätte ich mich ja wahrscheinlich noch vorher gekillt. Hahaha. Er hat sich denn da der dicke Sniper geholt? Hat das hier schon wieder spielt, ey? Meine Mama. Du hast doch erst abgesehen, dass ich dir kurz vorbeigeäuscht bin, oder? Ich hab gesehen, dass du die Flagge eingenommen hast. Jetzt hab ich mir. Oh, Mann. Du stupid Mann. Meine M234. Nein! Da war eine Claimbar, ich bin deswegen extra umgedreht. Ja, rätzt mich. Ich bin Pio, äh, hier, Versorger, ich kann nicht. Na gut, Versorger sind auch gut. Mist, auf den Scheiß, auf den Stampfen ist einer. Hahaha. Hahaha. Wessen Quad war das? Hahaha. Hahaha. Machst du das? Ich bin grad bei dir gespawled. Das sah echt lustig aus. Hahaha. Ja, ich hab nur so der Leiche vorbeifliegen gesehen und dann das Grottang, aber was war das? Oh. Oh, nicht schlecht. Double Vote, Köln. Hahaha. 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 Witzig. Hahaha. Oh, ich fand's was geleckt, wie Sau. Ähm. Ähm. Wunahhh. Haha. Hahaha. Hahaha. Haha. Einfach nur verdient, Alda. Ja, 4 AP hat er noch, Alda. Schööööön rinnen los!